Bei Abus bringen wir einiges in Bewegung. Transportiert werden nicht nur Lasten, sondern auch Werte. Qualität, Effizienz und ständiger Fortschritt ist seit über 50 Jahren unser größtes Anliegen. Ich heiße Peter Backes und bin Konstruktionsleiter. Wir bei Abus, einer der führenden Hersteller von Krananlagen in Europa, fertigen jährlich mehr als 5000 Krane, beliefern mehr als 35.000 Kunden in Deutschland und exportieren in 55 Länder. Die unterschiedlichen Anforderungen hochkomplexer Krananlagen müssen mit Standardmodulen in möglichst kurzer Fertigungsdauer umgesetzt werden. Das ist eine große Herausforderung. Die Digitalisierung und Konnektivität bieten uns da völlig neue Möglichkeiten. Wir setzen auf Abu Control, unsere auf der EcoStruxure Maschinenlösung basierende intelligente modulare Kransteuerung. Sie ermöglicht erstmals die serienmäßige Realisierung aller benötigten Kranfunktionen mit nur zwei Standardmodulen. Und zwar von einfachen bis hin zu komplexen Kranarchitekturen mit mehreren Kranen und Hebezeugen. Maschinenoptionen müssen nicht programmiert werden. Die Anlage wird durch die Kransteuerungssoftware einfach und schnell parametriert. Die EcoStruxure Steuerungslösungen Modicon 241 bieten ein Plus an Sicherheit und Komfort. Sie sorgen zudem für geringere Ausfallzeiten der Kransysteme. Mit Altiva-Antrieben kann durch die Rückspeiseeinheit entstehende Bremsenergie wieder ins Netz zurückgeschweißt werden. So lässt sich eine Energieeinsparung von bis zu 40 Prozent erzielen. Die Lösungen von Schneider Electric haben unsere Wettbewerbsfähigkeit erweitert. Damit sind wir für die Herausforderung, welche das Internet der Dinge mit sich bringt, bestens aufgestellt.